Hallo ihr Lieben! Heute soll es um Pfingsten gehen. Warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Dafür lese ich euch jetzt einen Teil aus der Bibel vor und teile euch noch einige Gedanken mit und gebt noch einige weitere Bibelstellen mit. Also, nach der Auferstehung und der Rückkehr in den Himmel unseres Herrn Jesus folgt, wie von ihm versprochen, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist der Grund, weshalb wir Pfingsten feiern. Die Pfingstpredigt von Petrus lesen wir in der zweiten Apostelgeschichte von Vers 14 an. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies soll ich kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sein. Und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weiß sein. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Qualmen darauf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazorea, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr es selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Also dass der Tod von ihm behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen von deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden, über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. In Galater 5, 22 bis 23 steht, dass es um die Frucht des Geistes geht. Das sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir sollen alle Zeit im Geist wandeln. Galater 5, 16. So ist zum Beispiel die Freude nicht von dieser Welt. Und da diese Welt diese Freude nicht geben kann, kann diese Welt die Freude auch nicht nehmen. Gott ist ein Gott der Freude. Und das sollen wir auch sein. Und das sollen wir auch leben. In Philippa 4, 4 steht, freut euch im Herrn allezeit. Wiederum sage ich, will ich euch sagen, freut euch. Unser Lebensstil soll Freude sein. Egal wie die Umstände sind. 2. Korinther 6, 1 bis 10 steht, als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allen empfehlen wir uns als Gottesdiener. In vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken und durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftiger, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet und jetzt kommt's, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichtshabend und doch alles besitzend. Durch den Heiligen Geist haben wir einen stärken Helfer, mehr und mehr zu lernen, diese Freude zu leben. Gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, die Geistestaufe empfangen zu haben und somit auch das Sprachengebet. Nimm dieses Geschenk an. Es wird eine sehr große Bereicherung sein. Gerade eben in dieser Zeit, in der wir jetzt sind und die wir auch noch hineingehen werden. Wir werden die Stärke des Heiligen Geistes brauchen und eben auch die Frucht des Geistes. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Rest.